Diese wunderschöne Ford Ranger Doppelkabine Allrad könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich willkommen im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Dieser Ranger kann bis zu einer Tonne laden und bis zu 3,5 Tonnen ziehen. Auf der Rückbank ist Platz für drei Personen. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Ledersitze mit Sitzheizung bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Ranger schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio-Navigationsgerät gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Ranger Limited und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs und der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.